Unsere Nummer 27, Carolan. Dieser Schimmel war auch geboren im Jahr 2018, er ist 1,70 m im Stockmaß gemessen. Er stammt davon Clintons hart, Kompliment, Absatz. Aus der Zucht unter Besitz von Matthias und Silke Stottmeister aus Baddorf. Carolan ist ein Springtalent mit erstklassiger Beintechnik, passender Galopade und einer ersten Platzierung in einer Springferdeprüfung der Klasse A ein Stern. Aus der ersten Generation seines Mutterstamms ist Premium-Anwärterin Victoria von Valentino, international in der Vielseitigkeit, erst erfolgreich unter dem Sattel von Nadine Marzahn. Ladies and Gentlemen, Lot No. 27, Carolan. This guy, Galding, is born in 2018. He is 16,3 m high. He is by Clintons hart, Kompliment, Absatz. Carolan is a talented jumper with first-class leg technique, a fitting canter and a first-placing in a novice-class showjumping test. Guess what? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.